Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ein weiterer Podcast Perfect Byte. Heute zu Gast, der liebe Erik. Guten Tag, Erik. Hi, Gude. Es war nur eine Frage der Zeit, dass du Platz auf dieser Couch nimmst. Du bist ein bisschen aufgeregt, hast du mir gesagt. Ein bisschen, ja. Aber warum denn? Es sind doch gar keine Kameras da, also nur drei. Ja. Wir nehmen doch einfach nur für die Leute auf Spotify auf und die haben hier richtig Bock drauf zu erfahren. Was geht denn bei uns in der Kochwerkstatt so ab? Was ist im Berns Umfeld so unterwegs? Was hat er für interessante Menschen auf der Couch? Und da bist du auf jeden Fall jemand, der ein bisschen was zu sagen hat. Ja, schon. Und für alle, die auf Spotify zuhören und mal sehen wollen, wie der Erik aussieht, die sind natürlich herzlich dazu eingeladen, auch mal auf YouTube vorbeizuschauen. Perfect Byte Video Podcast, da seht ihr denselben Podcast auch nochmal in Farbe. Also sehr schön. Also herzlich willkommen, lieber Erik. Dankeschön. Erik, erzähl doch mal. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie alt ist dein Sohn? Ja, mein Sohn ist vier Jahre alt. Den kennt der ein oder andere tatsächlich schon. Es gibt ein Video, gell? Ein Tag mit Bernd Zähner. Ein Tag im Leben von Bernd Zähner, auf Deliziös erschienen. Da kommt er, weil der ist ja Nachwuchs-Schonny, der ist ja in der Ausbildung und da kommt er die Treppe hoch gerade. Also wer den Leben mal sehen will, der kann da gerne gucken. Der Erik Seibl. Weiter zu deiner Person. Ja, ich bin der Erik, arbeite in der Logistik, kümmere mich so um den Auf- und Abbau von den Veranstaltungen, gucke, dass auch im Hause alles läuft, von der Lampe bis zum Wasserhahn. Der Admin wird jetzt wieder sagen, Afer, der Arsch für alles, aber ganz so schlimm ist es nicht, gell? Was die Damenwelt da draußen immer interessiert, wie alt bist du überhaupt? Äh, ich bin 32. 32. Es ist mittlerweile, sagst du das mit Stolz oder ist die 30, die dir vor kurzem erst gefallen ist, war das schwierig? Nee. Weil bei Admin, der bist ja genauso alt wie Admin, gell? Ja. Das ist ein richtiger Mann geworden. Ja, nee, das Alter ist für mich, ich fühle mich jung. Ja, bist du auch. Also ich habe noch nie jemanden schneller auf einen Seekontainer springen sehen wie dich. Das muss man ja auch ganz klar sagen, ja. Erik, guck mal, du bist ja, wir haben dich ja geklaut damals, ne? Das ist, als wir unser Steakhouse eröffnet haben, wenn ich mich richtig erinnere. Also Berührungspunkte hatten wir vorher schon. Du hast mit meinem Bruder zusammen in der selben Firma gearbeitet. Genau, wir haben zusammen Küchen montiert und unter anderem waren wir auch zusammen sehr oft auf Streetfood-Festivals. Dort kam dann die erste Berührung zum Toao-Burger. Burger essen, ja. Und da habe ich ja dann beschlossen, regelmäßiger da hinzugehen. Weil die Burger so geil sind. Ja, erstens die Burger so geil sind. Du isst die immer noch, gell? Ja. Ich kann es ja nicht mehr sehen, aber ja. Ja, ich mache es so ein bisschen auf meinen Style, lasse ich mir die zubereiten. Vielleicht nehmen wir mal auf die Karte. Was macht denn denn so besonders dein Burger? Das wollen wir jetzt direkt wissen. Ich nehme anstatt, also beim Classic Burger nehme ich anstatt der Burgersauce, nehme ich Barbecue-Soße. Okay. Dann Salat, Patty, ich lasse die Schmorzwiebeln weg. Oh. Dafür doppelt Käse, doppelt Bacon. Okay. Also ein Barbecue-Burger eigentlich, ja? Fast, ja. Und dann obendrauf Röstzwiebeln. Oh, Röstzwiebeln nicht? Nee. Echt nicht? Nee. Ah, Burger ohne Gurken, das ist wie... Weiß ich nicht. Ein Hobbit mit kurzen Beinen, so was. Also ja, aber geil, ich kann mich erinnern, auf jeden Fall irgendwann im Dunstkreis aufgetaucht. Ich kann über den Andi quasi kennengelernt auch. Und dann, wir sind bei unserem gemeinsamen Freund Jogi, Wiesbaden, Bungalow Event Location. Da bist du auch immer rumgeeiert, ne? So im Dunstkreis der Black Devils und so, ne? Das war schon immer... Ja, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich auf jeden Fall, wie das so zustande kam. Für mich bist du ja eigentlich schon immer da, ja? Weil ich mir ja auch ein Leben ohne Erik gar nicht mehr vorstellen kann, ne? Es gibt ja so ein, zwei Leute, wo du sagst, okay, dann habe ich da keinen Spaß mehr dran. Da gehörst du auf jeden Fall dazu. Und dann hast du, weil wir damals mit deinem ehemaligen Chef einen Deal hatten, hast du uns geholfen, im Steakhouse die Theke zu bauen, ne? Wir haben das ja alles selber gebaut da, quasi. Und da haben wir dich über die Zeit hinweckt, wo du so ein bisschen nach der Arbeit hingekommen, oder auch mal während der Arbeit, gell? Hatte dich ja auch rüber. War das nicht einmal so? War das immer nach der Arbeit? Ne, also das Ganze war ja so, du hast ja den Sepp gefragt gehabt, ob er Bock hat, die Theke zu bauen im Steakhouse in Geisenheim. Und dann hat der Sepp gesagt, ja, wenig Zeit. Aber ich frage mal den Erik, ob er Bock hat, nach der Arbeit hinzukommen. Und dann hat mich der Max oder du dann immer abends abgeholt. Dann sind wir nach Geisenheim gefahren und haben da immer noch so zwei, drei, vier Stündchen rumgemacht. Das ist geil geworden auch am Ende, hat wirklich gut ausgesehen. Und da haben wir angefangen, dich zu bearbeiten, ne? Der Max und ich. Ja, der Max vorher schon, auch auf den Streetfood-Festivals, wo ich dann auch mal abends, wo alle platt waren, wirklich Schirrsteiner Hafen war das. Und beim Einladen habe ich dann beim Einladen geholfen. Und da hat er gleich gesehen, okay, da funktioniert was. Der weiß, wie es läuft. Du bist ja ausgebildeter Handwerker letztendlich, ne? Jein. Ja, was hast du gelernt? Ich habe vieles angefangen zu lernen, vieles erlernt, aber keinen Beruf abgeschlossen. Aber angefangen hast du doch mit Gas-Wasser-Scheiße, oder? Ja, also ich habe damals als Anlagenmechaniker ganz früher angefangen, weil ich Metallfachschule gemacht habe und Metall für mich eigentlich früher so der Werkstoff war, mit dem ich gerne arbeiten würde. Und dann wurde das aber dann ganz schnell, weil ich dann, bevor ich meine Ausbildung angefangen habe, einen Ferienjob gemacht habe bei einer Heizungsfirma für einen Kollegen, der eigentlich den Ferienjob machen wollte, dann aber krank wurde und hat gesagt, hier, die haben noch eine Stelle frei, hast du Bock? Und dann war ich direkt in meinem Element und der Geselle da hat dann auch gesagt, du musst unbedingt zu uns kommen, egal was du jetzt für eine Ausbildung anfängst. Aber du bist im Herzen Handwerker, ne? Du hast da voll Bock drauf, viele Sachen erlernt, wie du eben schon gesagt hast. Du fühlst dich, glaube ich, auch gerade durch diese Küchenmontage, die dann lang dazukam und so, das war natürlich auch nochmal, da lernt man, also ich kann mir das so vorstellen, dass man da präzises Arbeiten lernt dann auch und auch dieses Anspruchsdenken, weil wenn du dir eine teure Küche kaufst, soll die natürlich auch geil da stehen und so. Und ihr seid einfach, ich kenne es ja von meinem Bruder, der macht es ja nach wie vor, morgens los, Küche einladen, du weißt eigentlich gar nicht, wohin so richtig und das ist jeden Tag so ein Osterei, ne? Ja. Du suchst erstmal, wo ist dein Kram, dann lädst du ein, dann fährst du los zu irgendjemandem, genau wie man es kennt, wer von euch sich schon mal eine Küche gekauft hat, weiß, wie es läuft. Dann kommen in der Regel zwei polnische Monteure, ja, aber wenn du dabei bist, eben nicht. Ja, dann... Also bei mir, ich habe drei Küchen gekauft, das waren immer polnische Monteure. Die Jungs waren gut und schnell, kann man gar nichts sagen, das haben die geil gemacht, ja. Aber, ja, und dann habt ihr Küchen aufgebaut. Was hatte ich denn letztendlich aus diesem sicheren Hafen, ne, mit geregelten Arbeitszeiten und allem drum und dran, so, naja, halb geregelt. Ja, so geregelt waren die jetzt nicht. Ja, aber es war schon anders als bei uns, ja, die Wochenenden und so. Ja, aber da habe ich ja noch nie Probleme gehabt, wochensarbeiten. Ich hatte ja früher drei Jobs gehabt, ich hatte einen Hauptjob in einem Lager gehabt und dann noch in einem Restaurant und am Wochenende noch nachts in der Bar. Okay. Von daher, ich war Kummer gewohnt. Und, äh... Ich glaube, es war auch so ein bisschen das Umfeld, du hast dich mit Max ja auch sehr gut verstanden. Und wir haben uns auch immer schon gut verstanden da und ich glaube, die Herausforderung, du bist ja, man kann ja nicht sagen, dass du immer so Ewigkeit in den Jobs warst, ne? Du hast ja auch dich gern mal für was Neues begeistern lassen zwischendrin. Ja, also das Längste, was ich war bei der Küchenmontage, das waren sechs Jahre. Doch, sechs Jahre, ja? Ich glaube schon. Krass. Doch. Ja, ja, ja. Übrigens, Seppo, der Ex-Chef, der hat sich ja dann quasi auch noch vergrößert und verschönert, ne? Der hat ja unsere Küche hier gesponsert, ne? Richtig. Die wir für unsere Rezeptvideos haben auf dem Kanal Bernd Zehner. Ja, also vielen Dank, gehen nochmal raus an Seppo von Küche & Co. in Wiesbaden. Danke für die schöne Küche, wenn ihr eine Küche braucht. Kauft die euch auf jeden Fall da, ne? Auf jeden Fall. Der plant sie euch schön und der baut sie auch selbst. Das ist ein großer Vorteil, das ist nicht selbstverständlich, ne? Oftmals, dass die Küchenstudios dann auch eigene Montageteams haben und so. Ja, in der Regel, also wir haben ja, bevor der Sepp das Studio übernommen hat, haben wir ja für Küche & Co. als Subunternehmer die Küche montiert. Ja, verstehe. Und dann hat der Sepp gesagt, eigentlich ist es viel geiler, wenn du sagst, okay, du kommst zu uns, wir planen deine Küche und wir haben unsere eigenen Monteure, die die Küche auch aufbauen. Und wenn irgendwas im Nachgang ist oder Änderungen sein sollten, hast du immer einen Ansprechpartner. Ja, krass. Also ich habe ja jetzt auch ein- bis zweimal im Monat so Leute, die sich bei mir melden, die dann aufgrund dessen, dass wir hier eine schöne Küche haben und die Empfehlungen ausgesprochen haben, dann auch beim Seppo eine Küche kaufen. Und die sind alle super zufrieden. Die sagen halt, perfekt ausgemessen, geil aufgebaut, von Anfang bis Ende halt auch zügig durchgezogen und so. Das machen die wirklich sehr gut. Gut. Also Küche & Co. Jetzt haben wir noch ein bisschen Werbung platziert, aber das muss auch so sein, weil er hat uns ja eine schöne, teure Küche rausgelassen hier für Umme, muss man auch klar sagen. Also geht da hin und guckt. Ja, Küchenmontage, klar. Und dann kommst du halt in die Event-Logistik. Und ich stelle mir das tatsächlich auch so ein bisschen, wir waren ja sehr chaotisch zu dem Zeitpunkt noch. Wir haben ja keine Logistik gehabt. Ja. Was hast du vorgefunden, als du bei uns aufgetaucht bist? Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, Anfang 2020, beziehungsweise ich habe ja 2019 schon mal so mit Max so ein bisschen was im Wehner-Lager noch. Ja, unser altes Lager noch. Genau, da kamen wir rein und da habe ich mir gedacht so, ui, 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 ui. Was ist denn hier laut jetzt? Das habe ich mir auch immer gedacht, wenn ich da reinkomme. Ja. Ja, und dann... Das war auch ein bisschen zu klein. Genau. Ja, war sehr klein. Also es war eigentlich groß, aber wir haben viel Scheiß drin stehen. Ja. Und dann hieß es ja, wir haben in Itchstein eventuell eine neue Location, wo wir jetzt aktuell sitzen. Im Areal 82, jawohl. Genau. Da kann ich auch mal aufklären, den Podcast von Caro und dir, wo ihr diskutiert habt, wann wir da rein sind. Oh, du weißt das noch genau? Ich weiß es genau. Das war der 16.1., das war mein erster Arbeitstag. Echt? 16.1. haben wir die Schlüssel bekommen. Echt, ja? Und genau, und hatten dann den Januar, Februar, März hatten wir Zeit. Stimmt, im Oktober waren die Gespräche da mit Makler und so, jetzt erinnere ich mich. Genau, und da war Besichtigung. Genau, wir hatten drei Monate Zeit quasi für uns, die Vermieterin war so nett und hat uns das gewährt, quasi mietfrei die drei Monate umzubauen. Genau. Und dann konnten wir die erste Miete schon nicht bezahlen. Genau, so war es wegen Corona. Weil der Corona kam, genau, ja. Scheiße. Ja, vielen Dank nochmal, liebe Vermieterin, für die Nachsicht mit uns. Mittlerweile ist aber alles cool. Ja. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Und dann bist du da schon dazugekommen. Das heißt, du bist ja, also Areal ist ja auch, sag ich mal, die Hälfte von dir, wenn man so will. Ja, also du kennst jeden Stecker, jedes Kabel, jeden Schlauch, der irgendwo liegt und so. Ja. Das ist schon geil, ja, wir haben das natürlich als Getränkemarkt übernommen damals, ne? Genau. Eine alte Lederfabrik, Backsteingebäude und wir mussten das alles so nach unserem Gusto umgestalten. Das Schwierige dabei war ja tatsächlich, dass uns dann einfach auch die Kohle ausgegangen ist, ne? Also wir haben ja manchmal bei manchen Sachen einfach mittendrin aufgehört, die noch geplant waren. Ja. Die auch teilweise noch heute so sind, ne? Wenn man überlegt, mit welchen Mitteln wir das dann tatsächlich so hingebracht haben, wie es jetzt ist, das ist schon ziemlich cool geworden. Ja, allein die Kochschule. Ja. Vorher. Also du hast das mit Max zusammen dann quasi da vorne in Ordnung gebracht. Da gibt es auch noch krasse Bilder. Ja, so Vorher-Nachher-Bilder. Etliche Containerschutt rausgefahren und und und, ne? Ja. Wir haben den Putz ja mehr oder weniger per Hand runtergehauen, dass wir halt dieses Backsteingebäude müssen. Ja, unten drunter ist das geiles Backsteingebäude und oben drauf waren so zwei, zweieinhalb Zentimeter Putz einfach, ne? Genau, weil es halt ein Getränkemarkt war. Aber auch total dumm, warum man das gemacht hat überhaupt. Ja, das war halt durch den Sandstein, der bröselt ja. Das haben wir ja aber auch mehr oder weniger beseitigt, indem man einfach mit Leinöl bestreicht und somit die oberste Schicht. Stimmt, Digga. Ich erinnere mich an Liter und kanisterweise Leinöl und Tage um Tage mit Pinsel die Scheiße da auftragen. Aber es hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Das bröselt kaum. Also nur da, wo ein bisschen Dings ist, ne? Ja, wo halt, wenn du halt mal hängen bleibst oder so, dann... Ist sehr, sehr hübsch geworden. Checkt mal aus. Es gibt ein paar coole Bilder auf areal82.de. Gerade auch auf der Startseite, da sieht man mal so grob, wie das ist. Da ist eine Küche gebaut da drin mit MyHammer-Handwerkern, die Fliesen gelegt haben. Ja, das... Zwei Griechen, die waren auf jeden Fall auch heiß, die Jungs. Ja. Hat gesagt, kein Problem, drei Tage fertig, ja? Drei Wochen waren es am Ende. Dann hat er gebraucht. Aber ist okay. Ich sag mal so, an den Fliesen, an den Wänden siehst du, dass die auch so ein bisschen Uso und Dosenfisch, da waren die immer drauf. Ja, das stimmt. Und der Boden ist aber echt ganz gut geworden. Ja. Das ist schon echt ganz gut. Dann haben wir da unsere Küche reingebaut und ja, dann natürlich alle möglichen Sachen, Laminat, Türen, Vorhänge. Also du hast auch wirklich, du kannst das auch alles, ne? Ja. Ich bin da sehr begabt, wenn ich etwas nicht kann, dann denke ich da ein bisschen drüber nach und dann kann ich es irgendwann. Das ist gut. YouTube-Tutorials kann ich dir auch empfehlen, die helfen auch. Guck ich auch ab und zu oder ich habe zum Beispiel früher, als ich noch als Gaswasserinstallateur Lehrling mit auf Baustellen war, wir haben auch immer komplett Umbauten gemacht. So, und dann hast du halt einen Schlitz geklopft und nebendran macht der Elektriker gerade seine Kabel und verbindet die. Ja. Und dann gucke ich halt fünf Minuten auf seine Finger und dann kann ich das halt. Ja, das ist eine Kabel mit den Augen klauen, das ist wichtig. Gebe ich dir recht, so funktioniert so eine Kochausbildung auch tatsächlich. Ja. Weil das ist sehr, sehr selten gewesen, gerade in meiner Zeit, dass sich einer an die Hand nimmt, nimmt dich mit rüber und sagt, guck mal, jetzt zeige ich dir, wie man Fisch filetiert. Sondern du hast da einfach Kartoffeln geschält, dann musst du aber gucken, wenn der Fische filetiert, wie der das macht. Ja, und dann mit viel Glück darfst du auch mal einen machen, ne? Weil so ist das gelaufen, ne? So, das ist auch nichts Schlechtes mit den Augen klauen, ne? Also das finde ich ganz geil. Ja, und jetzt gehört ja zu deinem Tagwerk dann quasi, also als du dann gekommen bist, es geht wirklich darum, Eventlogistik bedeutet, wir ziehen jedes Wochenende um, aber wir nehmen nicht alles mit, was wir haben, sondern immer einen Teil davon. Das ist super anstrengend, ja? Ja, gerade bei der Vielzahl der Veranstaltungen und sag mal vom Anfang bis das, was wir jetzt machen, ne? So die letzten drei Jahre, das ist natürlich schon auch viel geworden, ne? Muss man sagen. Ja. Dann ist es schwierig, dir die richtigen Leute an die Seite zu stellen. Wir haben mehr gehen sehen als kommen gefühlt. Auf jeden Fall, ja. Das muss man irgendwie wollen, das ist auch irgendwie schwierig. Also wenn ihr Bock auf einen Job habt, eher eine Logistik habt, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Kommt vorbei. Grundvoraussetzung Führerschein. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Das Tagwerk ist dann eigentlich, also du hast eigentlich den größten Bereich, flächenmäßig. Ja. Ja, du hast das komplette Lager, die Halle quasi unter deinem, deiner Obhut. Und wenn du natürlich, also um das für die Leute mal zu erklären, wie das läuft, wir fahren, das Logistikteam fährt vorher raus. Oder wir planen erstmal so, erzähl mal, wie läuft denn das so aus für so eine Veranstaltungswoche? Wie sieht das aus? Ich glaube, das kann super interessant sein für Zuhörer. Ja, also die Woche davor haben wir ja meistens das Meeting für die kommende Woche. Dann schreibt die Katrin unseren Shonny-Plan. Ja, Shonny, weil, Shonny, musst du mir vielleicht schon erklären, ja. Ja, Shonnys. Shonnys. Logistiker, das ist unser Synonym für Logistiker. Genau. Das sind die Shonnys. Genau, die Shonnys. Und weil die Katrin halt auch im Büro halt, weil ich kein Büro habe, beziehungsweise auch nicht so der Büromensch bin, sagen wir es mal so. Weil ich bin eher so aktiv unterwegs. Aktiv, ja. Sportfrei. Und dann die Katrin halt im Kalender guckt, wann macht das am meisten Sinn. Und wir haben es am Anfang zusammen gemacht. Und dann hat die Katrin auch ziemlich schnell, wenn ich ihr dann auch Sachen erklärt habe, wie es am sinnigsten ist und so, dann hat sie das sehr schnell verstanden. Weil die Fünsinn ist. Genau, weil sie halt einfach schlau ist. Und das macht sie jetzt auch ohne mich sehr, sehr gut. Ja. Und dann schreibt ihr eure Pläne quasi, wann, wo, was. Genau. Anhand des Kalenders, den wir führen gemeinsam, wann muss was wo sein. Genau. Ja, und dann natürlich auch noch Leihgeschirr und das ganze Zeug, das gehört natürlich auch dazu. Ja, und dann packt ihr und erzähl mal, wie läuft das? Ja, dann wird das Equipment geschrieben, je nach Veranstaltung, ob es ein Grill-Event ist, ob es ein Menü ist, wie auch immer. Und dann schreibt die Katrin, weil die Katrin ja die Küchenchefin ist, schreibt ihr das Equipment auf, was die Köche wirklich brauchen. Und dann schreibt sie eine Liste. Wir stellen das Equipment parat, laden das ein mit dem Leihgeschirr für die jeweilige Veranstaltung. Dann fahren wir dahin, packen noch ein paar Kabel ein. Dann bauen wir das alles so auf, wie die Küche das gerne hätte. Und dann braucht die Küche nur noch mit den Lebensmitteln dahin kommen. Können loslegen. Und können direkt loslegen. Also Buffet-Elemente und alles, Live-Cooking-Sachen, was man so braucht, alles an Technik. Und das ist ja relativ umfangreich, ne? Also das ist jetzt nicht wenig. Ja, das ist schon viel. Und Streetfood kommt auch noch dazu. Streetfood kommt noch dazu. Haben wir ja auch immer parallel. Und dann auch nicht nur eine Veranstaltung am Wochenende? Wollte ich gerade sagen, dann hast du ja teilweise, ja genau, du hast dann an einem Tag fünf Stück. Und dann musst du halt am Vortag zwei aufbauen, am selben Tag noch dahin fahren, dahin fahren. Also es bedarf einer sehr guten Planung. Das stimmt schon, ja. Da darf auch nicht viel dazwischen kommen. Du darfst nicht im Stau rumstehen oder irgendwas vergessen oder so, dann wird es immer kritisch. Das ist so der größte Knackpunkt meistens dann, wenn du hier eine Baustelle hast oder... Ja, die Fahrerei, ne? Genau. Und dann alles ab Itstein quasi mit LKWs geht's los und dann fahrt ihr vor Ort, baut auf, so wie es Küche und Service dann brauchen. Und am Ende, wenn die dann fertig sind, stellen die den Kram so weit es geht, hoffentlich auch sauber und ordentlich, also selten, zusammen und ihr müsst es wieder abholen. Ja, oftmals auch nachts. Genau, also zum Beispiel beim Jagdschloss haben wir, das ist so unser Paradebeispiel, da bauen wir morgens frühs auf und müssen nachts, spät nachts noch, so um drei Uhr ist meistens die Veranstaltung vorbei. Außer es wird länger gebucht und dann musst du halt bis morgens um sechs Uhr raus sein. Besen rein. Besen rein, komplett alles, mit Getränken, allem rum dran. Teilweise fahren wir sogar zweimal nachts. Tische Stühle, bis da alles rumsteht. Genau. Das ist so eine Location, die machen halt immer exakt 24 Stunden. Genau. Ja, und da darfst du auch nicht überziehen und so, weil dann der nächste Mietzeitraum oft schon beginnt. Genau, richtig. Das ist natürlich eine Herausforderung dann. Ja, und, aber ich sag mal so, dieses Nachtsarbeiten und so, das ist zwar nicht so geil, aber so richtig bocken tut dich das auch nicht, oder? Also das machst du dann halt, wenn es gemacht werden muss. Ja, für mich gilt immer, wenn Arbeit da ist, bin ich da. Das stimmt. Warst du überhaupt schon mal krank? Ja. Aber das sind so Tagessachen gewesen, oder? Ja. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Vor drei Wochen hat es mich richtig zerledert. Da war ich drei Tage nicht da. Scheiß Corona. Ja, okay, aber das ist ansonsten so, das ist, man kann sich da hundertprozentig drauf verlassen. Das ist natürlich für uns auch, ja, das ist einfach krass. Also nicht umsonst sitzt du auch heute hier, weil das ist ja einfach für mich eine absolute Ausnahme. Ich bin ja heilfroh, wenn ich überlege, wir haben ja, glaube ich, bevor du bei uns angefangen hast, zehn, zwölf Logistiker gehabt, die das alles nicht auf die Kette bekommen haben. Und das ist natürlich auch schon krass. Und da war viel weniger los. Viel weniger los, ja. Aber wir haben dir ja auch schon ein paar Leute an die Seite gestellt, wo du, die einfach auch das nicht durchstehen. Ja, für viele ist es halt einfach auch körperlich. Zu herausfordernd. Zu herausfordernd. Oder halt. Arbeitszeiten sind Thema, glaube ich, oftmals. Arbeitszeiten. Wobei das Arbeitszeiten, die denken halt immer, dass dieses Logistiker-Dasein einfach nicht wertgeschätzt wird. Und so, dass das, ja, das ist die, ich sage jetzt mal Bauernarbeit. Am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Ohne uns wird es keine Veranstaltung geben. Vollkommen klar. Also das ist das wichtigste Zahnrad wahrscheinlich, weil keiner von den Köchen ist in der Lage, so Theken ein- und auszuladen. Also, weißt du, was ich meine? Stell dir mal vor, die müssten das Futter und noch das komplette Equipment laden. So wie wir das ganz früher mal gemacht haben. Aber da hatten wir halt eine Veranstaltung am Wochenende. Jetzt halt zehn und mehr. So, und das ist natürlich, Logistik ist der wichtigste Part. Klar, ohne Essen geht es auch nicht. Aber wenn ihr schon nicht da angefangen habt. Also erstmal geht es ja im Verkauf los. Man denkt ja auch immer, die Weiber sitzen sich den Arschblatt im Büro. Aber man muss auch ganz klar sagen, wenn Fabian und Janina nichts verkaufen, brauchen wir nirgendwo hinzufahren. Also das ist ja auch, ja. Das ist ja auch eine klare Sache. Ja, die machen schon einen guten Job. Das machen die gut. Und vor allem, und dann kommt natürlich auch das Operations-Team. Überleg mal, weißt du, die Absprachen, die dann gemacht werden müssen. Und dann die Pläne schreiben. Also es ist ein ganz wichtiges Zahnrad. Natürlich ist das der körperliche Job und auch oftmals der dreckige Job. Das muss man auch sagen. Du hast nach der Veranstaltung Grillplatten, dies, das, jenes. Das ist Streetfood, das ist halt fettig. Das ist, das ist, es geht schöner. Aber es ist halt auf jeden Fall auch, wie soll ich denn sagen? Also ich finde das immer sehr, also meine Wertschätzung ist für die Logistik natürlich riesig. Klar, mein Baby ist die Küche, weil ich ja selber Koch bin und ich das auch geil finde. Und am Ende das Produkt, was wir präsentieren, ist ja auch nur halb so geil, wenn wir es nicht geil aufgebaut haben. Also wenn wir keine schönen Buffet-Elemente haben, wenn es nicht geil dekoriert ist, wenn es nicht nicht funktioniert und so. Dann kann man das irgendwie auch durchziehen mit Essen, die Veranstaltung, aber es sieht dann nicht geil aus. Und was wir ja wollen, ist immer, dass es immer hübsch ist und immer geil ist. Ja, das können wir. Ja, das können wir auf jeden Fall. Was denkst du, oder was sind dann die besonderen Herausforderungen, wo du jetzt sagst, okay, da kommst du auch mal an die Grenzen. Ist es dann die Vielzahl, die Überschneidung und so von den Sachen, wo du sagst, das ist eben irgendwie auch so, die Frage habe ich dir eigentlich noch nie gestellt. Also interessiert mich wirklich brennend. Es läuft ja immer alles. Ja. Ja, also für mich, ich sehe immer nur, es funktioniert alles, alles ist da, wo es muss und so. Aber wo sind denn da wirklich die besonderen Herausforderungen? Zum Beispiel dieses Jahr hatten wir eine Woche, die war sehr herausfordernd. Das war dieses, darf ich sagen, Ikea Sommerfest. Oh, Ikea Sommerfest, ja. Und gleichzeitig die Autohauseröffnung Manet. Wow, schön. Zwei große Veranstaltungen. Mit insgesamt über 1000, 1500 Gästen, glaube ich, oder sowas. Dann bei dem einen Menü, bei dem anderen verschiedene Streetfoodstände. Da ist halt nicht ein Stand aufbauen, sondern du baust auf einer Party, haben wir fünf Stände plus zwei Getränkestände und noch eine riesen Backup-Küche gebaut. Auch mit Dingen, die wir sonst nicht dabei haben. Genau. Getränke-Geschichten, Gondel, dies, das, jenes. Hier ein riesen Container, so ein 40-Fuß-Container voll mit Getränken, dann Stromaggregate und so. Und dann lief das Stromaggregat zum Beispiel nicht. Das war sehr lustig, weil es zu schräg stand. Oh. Da musst du erst mal drauf kommen. Das stand einfach zu schräg? Das stand zu schräg. Und die haben die Batterie nicht abgeklemmt gehabt. Also war die Batterie tot. Und so, dann Starter-Hilfe-Kabel geholt. Hör ich zum ersten Mal heute übrigens. Siehst du? Deswegen, es passieren viele Dinge, von denen du gar nichts weißt. Vielleicht auch besser so. Ja, und dann hab ich das Auto hingefahren, hab mit dem Starter-Hilfe-Kabel das Ding gestartet und dann lief's. Dann lief's. War das agregal von uns? Nee, das war geliehen. Ah, okay. Ja. Okay, okay, okay. Und auch von uns geliehen. Das heißt, wir mussten dann auch selber drum kümmern, das ist ja auch scheiße. Nein, man versucht ja dann auch, wenn das jetzt... Nee, es war sogar vom Hofgut Adamsthal gemietet. Okay. Und wir haben's halt einfach nur benutzt. Verstehe, verstehe. Aber gut, man will ja natürlich dann, dass das Event nicht in den Arsch geht. Genau, richtig. Man kümmert sich halt, also man hilft auch immer gegenseitig. Ja, ja, ja. Es war ja dann auch diese Thematik mit dem Container für die Toiletten. Stimmt, wo das Wasser nicht wegging war. Nee, wo kein Wasser, die Spülung nicht funktioniert hat. Weil, also der Tank war voll. Und, aber irgendwo war im Rohr, war irgendeine Verstopfung. Okay, Klassiker. Ja. Und... Da haben sich auch einige dran probiert gehabt, erinnere ich mich. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, so, was ist denn da vorne los und so, weil die dann auf dem Personalklo, wo wir eigentlich hin sollten... Die Gäste waren... Die Gäste waren... Viele Gäste. Sehr viele. Hunderte Gäste, ja. Ja, waren ja knapp 600 Leute oder 680 Leute insgesamt. Und dann habe ich gesagt, so, ja, was soll... Und die haben da mit der Taschenlampe rumgeleuchtet und haben gesucht. Und dann habe ich gesagt, so, ja, kann ich vielleicht helfen? Ja, nee, da kommt kein Wasser, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich kann ja gerne mal gucken. Ich bin Problemlöser. Genau, ja, hauptberuflich. Und dann haben wir halt geguckt. Und dann habe ich noch einen Schlauch, den wir noch im Auto hatten, habe ich den noch geholt. Und dann sind wir einfach nicht den Eingang an den Container, sondern ich bin direkt... Also ich habe so zwei, drei Ecken, die man nicht einsehen konnte. Die habe ich übersprungen und bin direkt vorne am Container rein zum Verteiler. Und dann lief das Wasser wieder. Hat einer zu großen Haufen gelegt? Nee, nein, das ist ja Zuwasser. Ah, okay, Zuwasser war es. Also ich gehe davon aus, dass da irgendwie was drinne war. Ja, ja. Und die halt nicht... Dann hast du den im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch gerettet. Das sind halt die Sachen, da kommen diese Leute, die das nicht oft machen, die kommen dann noch nicht weiter. Ja, vor allen Dingen, das ist ja echt lustig, dieses Toi Toi ist ja riesengroß. Ja. Aber ab Freitag Nachmittag 13 Uhr erreicht so bis Montagmorgen 8 Uhr keinen Menschen. Freitag auf eins macht jeder seins. Das ist eine Katastrophe. Da gibt es keinen Notdienst oder sowas. Nee, da gibt es die Hotline. Und dann, ja, sie rufen außerhalb der Geschäftszeit an. Props gehen raus an Toi Toi Dixi. Gut, dass die sich zusammengelegt haben damals. Da kommt ein richtiger Müll bei raus. Nein, ich habe ähnliche Erfahrungen schon mal mit denen gemacht. Da wollte ich auch schon mal anrufen. Okay, das sind natürlich dann Dinge, wo du sagst, das ist auch weit ab vom Tagesgeschäft für dich. So Stromaggregat haben wir auch zwar hin und wieder, dass wir das brauchen, aber du bist ja jetzt auch nicht irgendwie, dass du sagst, okay, ich weiß ganz genau, warum das scheiß Ding nicht läuft. Klar, wieder was dazugelernt, in Zukunft heißt das. Ja, genau. Ja, klar. Die Fahrerei, das Laden und so. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dir macht es aber trotzdem Spaß. Ja, voll. Voll. Ich mag das ja, ich mag nicht am selben Ort sein, sondern ich mag das, nach draußen zu kommen, neue Menschen kennenzulernen, beziehungsweise gute Freundschaften mit den Locations wie Hofgut Adamsthal und so weiter, die so beizubehalten. Ihr seid doch immer die Ersten und die Letzten, den die sehen. Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch wichtig. Genau, wir kommen ja dahin, tauchen da auf, auch in einer fremden Location, ja, wir kommen da an, dann guckst du erstmal, okay, wie sieht es hier aus, wo dürfen wir, alles klar und dann checken wir sozusagen erstmal die Lage bei den Locations. Ja, für mich ist das wichtig, sag ich dir warum. Die Catering-Aufträge kommen in der Regel über die Locations, weil die Leute sich natürlich erstmal die Location suchen und dann fragen, wo kriegen wir was zu essen. Natürlich haben wir auch Anfragen, die Leute sagen, die wollen ein Catering von uns und wissen noch gar nicht, wo genau, aber das ist die absolute Ausnahme und deswegen sage ich, es ist für uns auch immer ganz interessant und ganz, ganz wichtig, dass wenn wir zu den Locations kommen, dass die es einfach mit uns haben, dass wir freundlich sind, dass wir ordentlich sind, dass wir pünktlich sind und sowas, die sollen mit uns einfach keinen Stress haben, weil wenn die mit uns keinen Stress haben, ist für die es Arbeiten leichter und dann sehen die uns als professionellen Partner und dann werden die uns auch empfehlen und darüber generierst du Aufträge. Und überleg mal, unser komplettes Catering baut darauf auf. Wir sind eine Kochschule von der Basis her. Wir haben in Wiesbaden eine Kochschule gegründet und haben aber da im ersten Jahr schon Caterings gemacht, obwohl wir gar keine Webseite hatten, gar nicht als Catering bekannt waren und und und. Das ist alles erst viel später dazugekommen. Und jetzt ist das natürlich das Kernbusiness ist Catering. Natürlich, die Kochschulen laufen auch gut, aber wir springen ja bald fett Schleud rum mittlerweile und das ja auch nur, weil wir halt Caterings machen. Und wir haben die ersten beiden Jahre im Catering nicht mal eine Webseite gehabt. Ja, das Ding ist ja, die Leute sind einfach so auf uns aufmerksam geworden, weil wir irgendwie schon Connections zu den Locations hatten. Und das war auf jeden Fall schon, ja weiß ich nicht, hat mich selber gewundert, dass das so passiert ist. Ich sage immer, sowas kommt von sowas und da war es auch so. Und das ist tatsächlich ja dann recht umfangreich geworden mit dieser ganzen Catering-Geschichte. Und jetzt sind wir eigentlich ein Catering-Unternehmen, wenn du so willst. Ja. Nicht nur noch Kochschule. Ja, das ist ja schon geil. Wenn du sagst, das sind so die täglichen Herausforderungen. Es ist ja doch schon so ein bisschen Tagesgeschäft dann, oder? Die Wochen ähneln sich, die Locations verändern sich so ein bisschen. Klar, wir haben Orte, wo wir öfter hinfahren, die irgendwie einfacher sind. Dann haben wir welche, die schwieriger sind. Gibt es natürlich auch. Aber ansonsten ist das für dich so einfach, der Struggle mit Mitarbeitern, mit deinen Kollegen ist natürlich auch da, ne? Ja. Also wir bräuchten ja locker noch zwei. Locker. Also für die nächste Saison werden wir auf jeden Fall zwei brauchen. Ohne wird schwierig. Also wir haben schon gesagt, letzte Saison war ja schon wild. Da hatten wir auch nur den Ilia gehabt. Leider, toller Typ. Und halt hier Birol als Aushilfe, der ein bisschen Service gemacht hat, ein bisschen Logistik. Das war schon ganz gut. Ab und zu dann der Daniel noch ein bisschen mit ausgeholfen. Und jetzt ist der Lenny noch da, klar. Aber du brauchst auf jeden Fall noch ein bis zwei Kollegen, wenn noch ganz gut, ne? Ja. Also nochmal der Aufruf hier. Jawohl. Wenn ihr Bock habt, bei der Kochwerkstatt in der Logistik beim Erik zu arbeiten, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Ja, das ist doch schön und gut. Die Frage ist ja auch immer, die sich dann stellt, weißt du, in welche Richtung geht es da so weiter? Ich glaube ja mittlerweile sogar, dass das Areal irgendwann zu klein wird für uns. Das ist schon fast zu klein für uns. Das ist schon fast zu klein. Also wir haben 1325 Quadratmeter, unten reine Lagerfläche und ich glaube, wir sind schon bei 1500 Quadratmeter, die wir bräuchten, um wirklich, also wir stellen uns die Sachen zu, zu denen wir eigentlich Zugang bräuchten, mit Zeug, weil wir keinen Platz mehr haben. In die Höhe geht leider auch nichts, weil das ist nicht so hoch, das Gebäude. Wir haben natürlich noch einen riesen Außenbereich. Ich will mich aber so ein bisschen dagegen wehren, da so dauerhaft Zelt hinzustellen und so, wie viele das machen. Es gibt ja so Hallenzeltlösungen. Das ist auch alles so halb gar, weißt du? Für das, was es kostet, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, da muss man halt mal schauen. Entweder muss man sich vom Bestand her noch ein bisschen kleiner machen. Es gibt bestimmt noch Dinge, die wir loswerden könnten, die vielleicht irgendwie dumm rumstehen oder sowas, aber an sich. Ein paar, ja. Aber jetzt im Winter Zeit für. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ran, das stimmt schon. Ja, unterm Strich ist es ja so, dass wir, als wir da hingezogen sind, eigentlich gedacht haben, okay, Platzprobleme wird es nie wieder geben. Wir wollten ja Teile des Kellers sogar weitervermieten, untervermieten an Leute. Das klingt lächerlich heutzutage. Und jetzt haben wir das Wenige. Wo siehst du da die Zukunft? Was denkst du, auch in Modernisierung, Digitalisierung, in welche Richtung soll es da gehen? Findest du, was du da wünschst? Weil ich meine, klar, so ein richtiges Lagersystem wäre halt schon geil, ne? Ja, weil ich sage, haben wir ein Ludolf-Prinzip, ne? Ja, aber das beherrsche ich sehr gut. Ja, also ich sage, so ein digitales Lagersystem wird bei uns nicht funktionieren, wegen Menschen. Wegen Menschen, ne? Wegen Menschen. Ja, ja. Die IT ist dann immer nur so gut, wie sie sein kann, wenn auch wirklich alle sich dran halten und das wieder dahin räumen, wo es ist. Wir haben ja einen großen Partner, Theos, quasi mit Verleihgeschichten. Die benutzen ja ein geiles System eigentlich, das wir auch mal probiert hatten, jetzt allgemein einzuführen bei uns. Das ist ja auch kläglich gescheitert. Nicht nur im Lager, sondern allgemein. Aber das macht tatsächlich auch Sinn, wenn dann wirklich die Dinge immer am selben Platz liegen, wo sie hingehören. Ja, das Problem ist halt, dass du zum Beispiel für eine Veranstaltung, sobald es dann, keine Ahnung, das Menü, nur eine Komponente anders ist, brauchst du anderes Equipment. Also kannst du das nicht komplett so einpflegen und du musst es immer neu schreiben. Ja, eine Tasse ist eine Tasse, ein Messer ist ein Messer. Genau. Da gibt es fünf verschiedene Sorten und dann ist es das. Wenn du 500 davon brauchst, wissen die, wo die liegen und wie die das einzupacken haben. Aber du hast absolut recht, ob es jetzt bei uns dann einen Fisch gibt oder ein Fleisch oder, 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 da ändern sich schon signifikant Sachen, auch was Equipment, Zubereitungsarten und, und, und betrifft. Und das ist so individuell, dass du es dann doch wieder händisch ändern musst. Das ist tatsächlich sehr, diese Programme sind sehr starr. Ich glaube, ja, wenn wir da tatsächlich ein System in Form von Lagerplätzen reinbringen, wo die Dinge wenigstens grob immer wieder zu finden sind, das würde, glaube ich, schon richtig Sinn machen. Das haben wir ja auch schon grob. Haben wir ja teilweise. Aber davor werken auch wirklich viele Menschen drin rum. Wir können ja hier versuchen, meinen Bruder zu überreden, dass der endlich mal Lagerist macht. Dein Aufruf jetzt an meinen Bruder, in diese Kamera. Hier, Tim. Tim auch, ja. Jetzt habe ich ein Thema angegültet. Tim, du auch. Wobei, Tim hat seine Logistikerfahrung schon hinter sich. Ja, die Zeiten sind rum. Nee, hier, Andi, du weißt, diese Lage gehört dir, wenn du möchtest. Kommen Sie, kommen Sie. Schreibt es in die Kommentare. Wir brauchen dich. Schreibt ihm einfach. Der Traum vom Familienunternehmen. Komm, 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 komm. Ja. Es wäre schon gut, wenn er am Start wäre. Ja. Ja, wo siehst du die Zukunft? Was glaubst du denn, wenn du jetzt alles so betrachtest und die Weiterentwicklung in den letzten drei Jahren, mit Corona drum und dran? Ja. Wo siehst du, was denkst du, wo geht es denn hin mit der Kochwerkstatt? Geht nur ein Weg, sagst du? Geht nur ein Weg und der heißt nach vorne. Ja. Und mit dem Team, also zumindest mit dem Großteil, kann man auch das erreichen. Das glaub ich auch. Aber das liegt halt in jeder Abteilung auf Sales, Operations, dann Küche, die neuen Leute, die dazu gekommen sind letztes Jahr, dieses Jahr. Ja. Die halt aber auch, wo du dann ziemlich schnell merkst, okay, die haben auch dieses Herzblut, so wie Katrin und ich das sowieso anders spüren. Ja. Das ist ein Unterschied, die Menschen machen es aus am Ende, du kannst es nur mit guten Leuten, Personalprobleme sind ja überall, also das ist ja, das haben wir, ich habe ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast auch gesagt, ich habe ja noch nie Stellenanzeigen geschrieben vorher, ich wusste ja gar nicht, wie das geht, weil die Leute immer, so wie du, wir haben dich einfach mitgenommen. Oder du arbeitest hier, kennst jemanden, der sagt, ey, komm doch zu uns, cool. So hat das immer funktioniert. Und jetzt da die richtigen Menschen auch zu finden, die dieses Kochwerkstatt-Family-Ding auch fühlen, weil es einfach nicht Schema F ist. Es ist ja so, dass bei uns gibt es ja wirklich viele, ich habe ja einen konventionellen Führungsstil. Ich lasse ja laufen. Weißt du, ich stehe ja selten hinter euch im Mecker rum oder schreie irgendwelche Leute an oder ich denke immer, ihr wisst doch selber, was ihr machen müsst, damit es geil wird. Da brauchst du mich gar nicht dafür, weil der Rahmen ist klar, die Vorgabe ist klar und es funktioniert auch oder es ist alles so, wie ich es gerne hätte in der Regel. Aber unterm Strich kannst du nicht sagen, dass ich einer von den Chefs bin, der die Leuten auf den Sack geht. Das mache ich grundsätzlich nicht. Ja, überhaupt nicht. Es sei denn, es läuft komplett schief. Eher im Gegenteil. Dann hier das erste Catering in der Alten Schmelze, wo ich mit dabei war. Da war noch der Finkler da. Und da habe ich dann so diesen Kochwerkstatt-Style, auch zwischen Service, Küche und so, dass das halt so alles immer harmoniert. Und da habe ich gesagt, hier könnte ich mich wohlfühlen. Das ist ja auch wichtig, dass die Abteilungen sich untereinander nicht abfacken. Genau. Das ist ja bei uns eigentlich nie der Fall. Nicht so, ah nee, das ist nicht mein Ding. Das ist der Küche, ihr Sachen. Das ist genauso wie zum Beispiel jetzt am Wochenende ein Beispiel. Wir haben einen Geburtstag gehabt an einer Privatadresse. Ja. Und da ist die Küche mit drei Leuten hingefahren und der Daniel Busch war Serviceleiter. Und wir hätten eigentlich Dienstag, wäre es ihr am liebsten gewesen, abbauen. Das heißt, das Zelt wäre dann Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag hätten wir dann abgebaut. Bei den Witterungsbedingungen nicht so optimal für ein Zelt. Und da habe ich gesagt, hier Jungs, guck mal, ihr könnt den LKW mitnehmen. Ist ja nur eine Grillstation, also ein Buffet-Element. Könntet ihr das abbauen, dann müssen wir nicht da extra nochmal hinfahren. Weil es ist halt auch, Laubenheim ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Ja, für den ersten Augenblick. Genau. Und dann machen die packen und an. Genau, und dann sagen die so, ey, super, top. Das ist natürlich geil, ja, ja, klar. Ich meine, natürlich ist das bei uns auch so, dass die mal übereinander schimpfen. Die Küche schimpft immer, was haben die wieder für einen Scheiß verkauft. Dann kommt die Küche hin und sagt, was hat der uns hier für einen Scheiß aufgebaut. Weißt du, das ist ja auch ganz normal. Aber unterm Strich ist das alles, passt das alles und es läuft richtig rund. Ja. Ja, ich bin immer hellauf begeistert, auch das dann so von euch jetzt auch mal hier in so einem direkten Feedback dann auch mitzubekommen, dass eigentlich alle glücklich sind damit, so wie es läuft. personelle Engpässe nochmal angesprochen, natürlich, aber du hast es ja auch so gut im Griff, weil du natürlich auch über die Grenzen hinausgehst. Ja, teilweise. Und man verlangt dir ja dann auch viel ab. Also, wir hatten ja vor kurzem noch Mitarbeiter, die gefragt haben, was soll das für Arbeitszeiten hier? Ja. Also, das ist dann halt mal ein Tag so. Ja. Dafür gibt es aber dann auch, weißt du, die Leute reden dann aber nie über die fünf oder acht oder zehn Tage vorher, wo sich einfach die Eier geschaukelt haben. Richtig. Und auch nicht die Aufgaben erfüllt haben. Ja, grüße gerne raus. Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Ja. Dann muss man auch mal gucken. Ja, und du weißt ja, egal, wen wir oder mit wem ich den Weg beschreite und einstelle und zusammengehe, ich will, dass du mit uns in Rente gehst. Hast du den Plan auch? Ist ja noch ein bisschen hin. Tja, also Rente ist noch ein paar Jahre. Ein paar Jahre. Ja, Ziel ist ja dann irgendwann, dass wir vielleicht doch noch mehr machen, noch mehr Leute sind. Ja. Und ich dann der Katrin die Logistikplanung und so abnehmen kann. Ja, das wäre schon gut. Und mehr oder weniger dann operativ vom Büro. Ja, du wirst nie ganz draußen wegbleiben. Nein, 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 kann ich nicht. Ich bin nicht der Mensch, der einfach nur im Büro sitzt. Also das kann ich auch gar nicht. Ich bin viel zu hibbelig dafür. So was, wenn es Red Bull gab. Ja, oder Süßigkeiten. Ja, ja, ja. Ja, deswegen. Ja, ja, ich bin mir relativ sicher, dass das da hingehen muss. Aber da müssten wir natürlich aber auch schon die Füchse einstellen, die deinen Job dann draußen auch machen können. Und da wird es dann nochmal ein Prozess sein, die anzulernen. Schade, dass das mit dem Ilja hätte nochmal ganz gut klappen können, glaube ich. Ja, das war schon. Aus der Ukraine geflüchtet. Dann glücklich durch einen glücklichen Zufall letztendlich bei uns gelandet. Und hat dann aber ein Angebot bekommen aus der Familie, glaube ich. Ein Cousin oder so, war das nicht so gewesen? Ja, in der USA. Ja, ein Cousin in den USA. Wo ist der hingegangen? Richtung... Kalifornien. Sacramento. Echt, ja? Ja. Westküste. Schön, sonnig. Da hätte ich auch nicht Nein gesagt. Ich auch nicht. Wir haben alles versucht, ihn da zu behalten. Aber durch die unglückliche Wendung in seinem Heimatland, wir haben ja jetzt Bauunternehmen da gehabt und mit vielen Angestellten, alles am Arsch, alles verbombt, alles kaputt. 30 Fahrzeuge, zwei große Hallen. Kommt er zu uns und schleppt Burgerstände durch die Gegend erstmal. Aber hat das auch angenommen, das Game, mit der ganzen Familie hier und hat dann das Angebot aus den USA bekommen. Ja, es war halt die letzte Chance, die er hatte für die USA, weil er hatte ja schon zweimal ein Visa beantragt. Ja. Und wenn du in den USA drei Visas beantragst und nicht einreist, dann kannst du nie wieder eins beantragen. Oh, krass. Und er hatte schon zweimal beantragt, ist nicht eingereist und jetzt musste er, wenn es bewilligt wird, musste er hingehen. Das war dann... Ja, wir haben ja auch noch Kontakt zu ihm hin und wieder und ab und zu schickt er ein paar Bilder aus der Sonne. Er muss auch hart arbeiten da, was macht er da jetzt? Ich weiß, irgendwie auf dem Bau ist er wieder. Ja, genau, er macht hier so Hallen, diese Deckenisolierung und hier außenrum Häuser isolieren. Er ist halt auch so ein begnadeter Handwerker, er kann alles schweißen. Er hat ja hier so eine Betonfirma, die haben so Hallen gebaut. Schade um den Kerl, gell? Fundamente und so, das war... Schade um den Kerl, aber wir gönnen es ihm natürlich jetzt von ganzem Herzen, dass er da in den USA glücklich wird. Ja. Ilja, du wirst es nicht sehen, aber trotzdem Grüße gehen raus. Ja, aber das ist ja schon geil. Ja, dann ist also dein Weg ja quasi geebnet. Das heißt, wir brauchen Fachpersonal, die sich draußen operativ entlasten können. Ja. So, dass wir zu Hause ein bisschen besser werden. Das wäre natürlich schon ein guter Schritt, wenn mein Bruder endlich zu uns kommen würde. Ja, voll. Dann hätte ich auf jeden Fall so eine Magen gegen ein bisschen weniger Schmerzen. Probleme, wenige. Ja. Aber was mich natürlich in so einem kulinarischen Podcast wie hier immer interessiert ist, was lachst du denn? Warum lachst du denn? Jetzt kommen die Fragen, ja. Kochst du dir zu Hause eigentlich manchmal was? Nie. Nein, guck mal. Also du kochst nie, gell? Nie. Ja, das ist wirklich traurig. Also ich habe es mir so oft schon vorgenommen, auch Videos nachzukochen. Ja. Aber ich koch nicht. Warum nicht? Ich koch mal in der Firma, mal Mittagessen und so. Für alle aber dann. Für alle. Oder halt, wenn keiner da ist, kein Koch da ist, so sonntags. Die Katrin kann ein Lied davon singen. Hier vor Rock am Ring das Wochenende, bevor wir da runtergefahren sind, hat die Katrin ein bisschen Büro gemacht. Was ist dein Signature-Disch dann? Was machst du am besten? Was ich am besten kann. So wie Tim Brüheier wahrscheinlich. Nee. Also tatsächlich hier, was ich auch sehr gut kann, Pastor Michele. Ah ja, ja, ja. Habe ich vom Andi gelernt. Von meinem Bruder gelernt auch wieder, ja. Jawohl. Als wir in Trier waren. Da haben wir übrigens jeden Tag gekocht. Ist auch geil, oder? Also der Andi hat jeden Tag. Auf Montage war getan. Genau, waren wir auf Montage immer, wochenweise. Aber hat dich denn diese Kulinarik dann hier erst gekannt? Warst du vorher schon interessiert an dem Thema überhaupt? Nee, für mich war einfach Essen, Nahrungsaufnahme. Satt werden. Viel und schnell am besten. Egal. Egal. Einfach, was kam. Pizza, Döner, scheißegal. Sieht bei mir zwar nicht an, aber... Nee, nee, tatsächlich nicht. Das ist das Ungerechte dabei. Also wenn man mal sieht, wie durch ein Stück Kuchen ist. Also man sieht den Kuchen ja nicht mehr, weil eine Flasche Frühsahne drauf verschwindet oder so. Ja, dann ist ein Sixpack einfach ekelhaft. Ja, ich hasse Leute. Grüße gehen raus auch an Franklin und Holle und die ganzen Kaputten, die all so viel fressen. Ja, also das Ding ist tatsächlich, ich hab gemerkt bei dir, also dieser Prozess dann auch, weil wir haben ja dann im Steakhouse auch mal ein geiles Steak gegessen und so weiter, dann hat man schon gemerkt, das ist jetzt nichts, was du dir jeden Tag reinhaust so. Nee. Und dann diese, ich hab dein Gesicht dann auch manchmal dabei beobachtet, nicht weil du jetzt irgendwie, du hast ja schon immer gut Kohle verdient auch und sowas, dass du dir das jetzt nicht leisten könntest, um ins Steakhouse zu gehen oder so, ja. Aber ich denke, ihr habt es immer einfacher gehalten, ne. Gerade wenn ihr draußen unterwegs wart, essen geht, es war dann immer einfacher, ne. Das war viel halt auch zeitlich. Ja, ja. Und, also wir waren auch schon mal zusammen auch mit der Firma essen. Ja. So, und da gibt's dann halt auch immer so Weihnachtsfeier oder so, haben wir dann auch immer schön Steak gegessen oder so. Aber ich hab schon gemerkt in deinen Augen, dass du sagst, ey krass, weil wir natürlich Top-Qualität dann hatten da und sowas, weißt du. Das ist schon was anderes. Was ganz anderes. Also ich muss sagen, wo ich dann hier angefangen hab, auch hier mit dem Steakhouse und so, ich hab ja früher einfach immer reingeschaufelt. Ja. Ich bin satt, alles klar, super, top. Weiter geht's. Aber da hast du dann angefangen, okay, die Komponenten, ne, die Speckbohnen dazu und so weiter, das harmoniert mit dem Salz und einfach nur. Wir reden über Genuss. Ja, ich hab früher immer alles, Nudeln, Soße, Fleisch, Soße, egal zu was, immer Soße, Soße. Was ja auch okay ist. Ja, also ich bin so ein Soßenkind. Aber da hab ich dann auch mal so ein Stückchen Fleisch, einfach nur das Stückchen Fleisch gegessen mit ein bisschen Meersalz und da hab ich dann so langsam dieses Essen kennengelernt. Ich finde auch, weil du kannst ja mittlerweile einschätzen, ob's geil ist oder nicht. Das find ich ja auch ganz gut, weil wir natürlich, wir sorgen uns immer um euch. Wir essen das, was unsere Gäste auch essen in der Firma letztendlich. Da ist mir schon aufgefallen, dass du dann auch da besser geworden bist. Du kannst mittlerweile ganz gut einschätzen, ist geil oder ist nicht geil. Also war das schon immer in dir eigentlich. Ich hab ja mit Katrin hier schon gesessen auch. Ja. Podcast findet ihr auch mit unserer Küchenchefin Katrin auf Spotify und auch auf YouTube. Wenn wir über ihre ersten kulinarischen Erfahrungen gesprochen haben, warum sie überhaupt Köchin geworden ist, war das eigentlich, weil sie mit Oma gekocht hat. Ja. Auch in der Kindheit oder in der frühen Jugend, ich hab gesagt, sag mal, seid ihr essen gegangen? Wo seid ihr hin? Dann sagt sie, nee, eigentlich sind wir nie essen gegangen. Mutter hat immer gekocht zu Hause und wenn wir dann mal essen gegangen sind, dann war das hier so klassisch deutsche Küche, irgendwie ein Schnitzel, Rumstee, keine Ahnung, sowas. Ja. Wie ist das denn bei dir aus der Jugend, Kindheit, Jugend raus? Bist du, seid ihr essen gegangen? Selten. Familienmäßig oder so? Wir waren wirklich sehr selten essen, weil mein Stiefvater ein begnadeter Koch ist. Ah ja, gut. Und Angler. So, wir haben halt unser Fisch zum Beispiel selber gefangen. Das ist natürlich das Beste, was man machen kann. Ja. Und dann bist du halt abends oder nachmittags, bist du halt raus, hast halt einen Fisch gefangen und dann hieß es, okay, heute Abend gibt's Fisch. Was gibt's denn? Wenn du keinen gefangen hast, dann musstest du halt improvisieren. Und war das dann aber, essen gehen, auch schon was Besonderes immer gewesen, oder? Sehr besonders, ja. Aber ich war auch immer damals, wir haben sehr aufs Geld geachtet und ich war dann halt immer so, ich hab mich halt immer geschämt, so Sachen über 10 Euro zu bestellen. Ah ja, okay. Verstehe ich. Sondern ich hab immer dann nur einen Salat gegessen oder einen Kinderschnitzel, weil ein normales Schnitzel, ich würde ein normales Schnitzel locker essen, aber finanziell. Verstehe ich, verstehe ich. So ein bisschen die Zurückhaltung dann. Genau. Ich hatte das Glück, dass ich natürlich meinen Opa hatte, der mich mit rausgenommen hat und mit dem halt auch so diese Business-Lunch-Geschichten, Asia, dies, das, jenes. Aber bei meinen Eltern und so war das auch, wir sind schon auch mal rausgegangen zum Essen, jetzt nicht so super häufig, aber dann auch immer so, ja, deutsche Hausmannskost. Das sind auch Dinge, die ich heute noch sehr schätze und geil finde, aber der kulinarische Horizont entwickelt sich ja weiter. Und da sind wir auch schon, da gab es natürlich auch Zeiten, wo meine Mutter mit uns alleine war, quasi geschieden. Und da ist mir ja jetzt im Rückwirkend auch mal aufgefallen, woher so manche Gerichte kommen, die es bei uns zu Hause gab. Weißt du so, gibt es denn so Sachen, wenn du an daheim denkst oder so, die Sachen, die die Mutter gut gemacht hat oder so, ja, weißt du, konnte die geil kochen, konnte sie nicht, nicht so gut. Nein. Aber was gibt es da, wo du sagst, okay, wenn der das gemacht hat, das ist immer krass gewesen, haben sich alle gefreut. So ein richtiges Lieblingsgericht aus der Kindheit letztendlich. Also komplett aus der Kindheit war von meiner Oma, die hat so Knödel mit Speck und Apfelmus gemacht. Achso, von denen hast du mir auf jeden Fall schon mal erzählt. Ja, das sind so Mehlknödel mit so Speckwürfeln, kleingeschnitten. Ist das sowas ähnliches, wie wir schon mal gegessen haben, diese Knödel? So ähnlich. Das Geschmacksbild ist ähnlich. Genau, genau, so ähnlich. Und halt durch dieses, du hast so dieses Mehlige, um satt zu, also sehr preiswert, durch Mehl, ein bisschen Mehl, Wasser. Ja, ja, ja. Und dann hast du halt ein bisschen Speck, hast du halt dieses salzige und dann dazu dieses süße Apfelmus. Gibt es dann auch verschiedene Varianten, Apfelmus selbst gemacht oder hier so Birnenmus, weil wir hatten früher. Birnenbaum. Wir haben einen Birnenbaum im Garten gehabt, so ich habe dann Birnen oder Mirabellen, zum Beispiel Mirabellen gepflückt und dann hat die Oma halt direkt die Mirabellen, die ich gepflückt habe. Kompott gemacht oder was? Genau, dann hat die einfach gekocht und dann kam das halt um, ja, ich habe halt viele Onkel und Tanten, die auch in dem Ort in der Firma gearbeitet haben und die kamen immer zum Mittagessen runter. Geil, dann hast du schon als Bengel dabei gehockt und so, ja, ja, geil. Aber ist es nicht auch so, dass wenn man zur Oma gekommen ist früher, da stand immer was zu essen auf dem Head? Ja. Also meine Oma hat immer morgens nach dem Aufstehen eigentlich schon angefangen zu kochen. So langsam vorbereitet, ein bisschen was geschnippelt und so, ja. Ja, die hat auch morgens immer hier Frühstücksei gemacht, das ist auch so ein Highlight. Wir haben auch einen guten Bäcker dort gehabt. Ja. Was macht das so besonders, das Frühstücksei? So war ich gekocht. So halb, halb war ich, ja, fünf Minuten und vier Sekunden. Fünf Minuten und vier Sekunden, Leute, jetzt wisst ihr es genau. Fünf Minuten, vier Sekunden. Das ist mein perfektes Ei. Ja, das ist dann aber, das ist doch relativ flüssig dann drin. Das ist relativ flüssig. Und meine Oma hat uns immer dann so ein ganzes Leib Brot, hat die runtergeschnitten, dann Butter drauf gemacht und hat es dann in so kleine Streifen, dass die ins Ei reinpassen. Oh ja, perfekt. Dann konntest du das immer so rein, ey. Da werde ich immer, immer dran denken. Die hat immer einen Eierkocher genommen. Ja. Ich kann das mittlerweile mit Topf, deswegen diese fünf Minuten und vier Sekunden. Das machst du auch zu Hause, oder? Das mache ich ab und zu auch noch zu Hause. Das zählt als Kochen, auf jeden Fall. Das zählt als Kochen. Ja. Eier muss man auch kochen. Ja. Geil, das ist ja ein sehr, sehr einfaches Gericht. Ja. Und was war dein, weißt du noch so, was ist denn dein Lieblingsgericht? Was würdest du da sagen? Hast du so eins, wo du sagst, dafür lasse ich alles stehen und liegen? Hühnerfrikassee. Echt? Ja, deswegen war ich auch sehr traurig, als du das gemacht hast. Ey, haben wir vor kurzem noch gekocht? Ja, genau, dass ich nicht da sein konnte. Dieses Hühnerfrikassee, das war schon auf jeden Fall outstanding. Aber das nächste Mal, wenn wir das... Katrin hat das auch so getriggert, dass sie sich direkt noch mal eins gekocht hat. Aber auch nur, weil ich gesagt habe, ich hätte es so gerne gegessen. Hast du was abbekommen davon? Nee. Das ist eine Frechheit. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal Frikassee für den Erik kochen. Sehr klarer Fall. Okay, 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 okay. Dieses Bäcker im Ort, das ist natürlich ein Glück, das man haben muss. Wenn es da überhaupt noch einen geilen Bäcker gibt, das Brot, also mich triggert dieses Ei wirklich. Das wird die nächsten Tage, wenn ich mir das auf jeden Fall mal zubereiten müssen, einfach so wie es war. Ich hatte gerade das Glück, mit Max in Köln zu drehen. Max ist wahrscheinlich einer der größten deutschen YouTuber, war im Food-Bereich auf jeden Fall, der hatte auch ein geiles Brot da, so ein geröstetes, mir gemacht, so einen strammen Max, weil ich fand das irgendwie lustig. Max macht mir einen strammen Max, ein Tag persönlicher Kochführer heißt das Format, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Das hat mich so getriggert, dass ich das jetzt auch nochmal als Video nachmachen werde heute. Mal gucken, ob wir hier beim Bäcker was kriegen. Gab es da so einen geilen Bäcker im Ort dann bei euch oder wo das das Brot hergab? Nee, da kam extra so ein Wagen immer, so ein Brot, so ein Bäckerwagen. Bäckerwagen, rumgefahren im Dorf. Und einmal die Woche kam dann so ein umgebauter Omnibus, so ein Uralter, mit Kühlung und so und da gab es dann halt Fleisch und so weiter. Konntest du auch vorbestellen, wenn du irgendwas Spezielles wolltest, konntest du da vorbestellen. Ja. Aber da war noch nichts mit Online bestellen oder so. Genau, ich komme ja auch von dem Kaff, da gab es keinen supermarkt. Da musstest du einen Zettel ausfüllen, wenn du zum Beispiel Fleisch haben wolltest, eine große Menge, musstest du das ausfüllen und dann hat es nächste Woche mitgebracht. Also du musstest immer vorplanen, was du kochst. Ich kenne es schon, meine Oma oft auch in diesem Auto, das stand bei uns auch vor der Tür, der kam, der hat dann geklingelt und dann bist du raus und dann konntest du gucken, da hat er vorne irgendwie so zwei Blumenkohl drin gelegen, ein paar Kartoffeln, ein paar dies, bei das, bei jenes und du konntest eigentlich gar nicht so richtig sagen, was er heute dabei hat. Ja und dann ging es dann immer nochmal ein Kängeln Fleischwurst und dies und das und jenes. Das sind Metzgerautos, das war einfach auch gang und gäbe, dass der Metzger vor die Tür gefahren kam. Ja. Krass, Alter, das gibt es, glaube ich, gibt es nicht mehr, ne? Gibt es nicht mehr, ist fast alles ausgestorben. Diese Metzgerautos. Durch diese, dass es halt im Rewe diese große Fleischabteilung und so gibt. Metzgereien auch schwierig, ne? Ja. Gibt eigentlich nichts mehr Geiles, das ist schon traurig, aber das sind doch schöne, die Erinnerungen. Oder zum Beispiel das Gemüse und so haben wir ja alles selber angepflanzt. Ja? Also vorm Haus ein riesen Garten, ein Feld, links waren Kartoffeln und rechts waren dann Bohnen, Möhren, Himbeeren, Erdbeeren. Geil. Alles mögliche. Boden an so Stangen auch. Genau, genau, Salat, Kopfsalat, Blumenkohl und so weiter, alles selber. Die Oma hatte auch alles im eigenen Garten, wenn du überlegst, was für ein Uffriss gemacht worden dafür ist, also wirklich für einen Kopfsalat, der einen Euro kostet, da hat der Setzling irgendwie schon Geld gekostet damals, aber die Oma hat auch die Samen selber gezogen und 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 aus dem Vorjahr. Das war schon immer, das war geil und das Zeug hat auch anders geschmeckt. Also wenn du dann eine Karotte aus dem Boden holst, dann gehst du rein, wäschst sie ab und haust dir die rein, das ist natürlich anders als dieses, ich sag immer, es gibt ja diese Kilopacks Schweinefutter, diese Karotten, das schmeckt doch einfach alles gar nicht mehr, ne? Ja, das stimmt. Aber dann hast du doch relativ früh Berührung gehabt mit so richtig guten, hausgemachten Sachen und so, das ist doch dann wahrscheinlich über die Jahre mit dem Arbeiten dann ein bisschen so verloren gegangen. Ja. Hast du denn noch nie zu Hause gekocht oder ist das nur aktuell so? Das ist aktuell so, weil ich hab ja niemanden, für den ich kochen könnte. Wer sich bewerben will, der kann natürlich nicht nur bei uns arbeiten, sondern wir nehmen auch Zuschriften entgegen, wenn Erik, ja, ist auch auf Tinder, glaube ich, ist verführbar. Ist verführbar, ja, auf Tinder verführbar. Nein, geil, aber das ist ja auf jeden Fall schon eine gute Sache. Jeder hat ja diese Kindheitserinnerung und ich mag unheimlich gerne, wenn man das wieder aufleben lässt und auch mal diese Sachen kocht. Und ich weiß auch, mein Vater hat gern, also meine Oma hat, ich hab das darüber auch schon mal erzählt, wie das kam, die ist ja Flüchtling gewesen und hat dann in, Sudetendeutsche kamen in den Haushalt hier nach Deutschland, die hatten ein Lebensmittelgeschäft und da hatte sie, hat sie Sachen mit nach Hause bekommen abends, die übrig waren, daraus musste sie kochen. So hat sie kochen gelernt. Und da waren einfach geile Sachen dabei, die sich auch richtig Arbeit gemacht haben damit. Wie die damals Gemüse, diese ganzen deutschen Kohlsorten zubereitet haben und was die alles aus Kartoffeln machen konnten, das war der Wahnsinn. Das ist alles verlernt und ich liebe die Sachen auch noch heute noch und mein Vater hat es auch nur das und am liebsten gegessen. Das war so, den konntest du nicht abholen mit einer Pekingente. Da hat er einfach keinen Bock drauf gehabt. Na klar, dieses Klassische, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Aber da hatte ich es tatsächlich schwierig, aber zum Glück hatte ich dann den Opa auf der anderen Seite, der mich dann da rangeführt hat. Keine Ahnung, wie mich da auch diese Asia-Vibes gecatcht haben damals. Warst du denn früher auch schon so Asia-Mensch? Gar nicht. Heute findest du es ja auch sehr geil. Ja, auch nur durch dich. Ja, ist so, gell? Ja. Weil wir natürlich relativ häufig hier auch beim Stammchinesen sind und so. Ja, ja, das ist dann, aber du bist ja auch, du gehst ja auch nicht so gerne ins Extreme, du magst nicht so sonderlich scharf. Nee. Also so mittelscharf geht jetzt mittlerweile. Also früher gar kein Schaf. Also das ging einfach nicht. Aber ich hab das auch nicht gemocht. Wenn es zu scharf war, du schmeckst nichts mehr. Ja, das stimmt. Das hat für mich einfach keinen Sinn ergeben. Ja, ja. Und deswegen hab ich dann immer so auch mehr würzig gegessen. Dann zum Beispiel Tandoorianische Küche. Ja, ja, ja. Sehr gefeiert. Das ist natürlich auch ein Flavor, der nicht so selbstverständlich ist. Aber ich kann mich erinnern, am Anfang, du hast ja schon gemeckert, wenn zu viel Pfeffer oben drauf war. Wenn das zu scharf war. Weißt du so? Ja. Kommt auf den Pfeffer drauf. Genau, da ging es ja schon los. Und die Cayennepfeffer da, eine ordentlich Prise drüber, dann ging es schon los. Jui, jui, jui. Du hast da schon Essen stehen lassen, wenn es dann so scharf ist, kann ich mich dran erinnern. Aber mittlerweile geht das schon ganz gut. Ja, mittlerweile. Ja, ist doch geil. Ja, ich sag mal so, dir blüht eine glorreiche Zukunft. Ich hoffe, dass wir spätestens nach diesem Podcast noch ein paar Bewerbungen für die Logistik kriegen. Aber wir müssen am Ball bleiben. Das ist eine Herausforderung, zusammenfassend, die wir angehen müssen. Und dann kriegen wir das sicherlich gut hin. Und ich bin immer guter Dinger. Es gibt ja immer, es gibt immer eine Möglichkeit und irgendwann kommt immer mal ein Engel um die Eck noch. Dinge ich auch. Aber ansonsten müssen wir einfach den Leben ausbilden. Wann ist der so weit, dass der deinen Bub in die Ausbildung kann? Noch zehn Jahre, zwölf? Ja. Da musst du noch so lange durchhalten. Zwölf, zwölf Jahre. Den kann ich dann beerben. Eigentlich eine gute Idee. Nee, ich fand es geil. Ich fand es super erfrischend. Ich glaube, du hast auf jeden Fall auch ein paar coole Sachen rausgehauen, die die Leute auch mal so aus dem Arbeitsalltag von der Logistik interessieren. Ich meine, klar, da kann man noch unendlich ins Detail gehen. Aber da wird es auch sehr technisch irgendwann. Aber so wie auch mal die Abläufe sind im Catering und vielleicht stellen sich das viele auch so vor, aber wissen gar nicht, wie es gelaufen ist. Deswegen sicherlich auch was dazu zu sagen, zu kulinarischen Themen. Mittlerweile finde ich dich auch richtig frisch im Kopf, weil du sofort auch siehst, guck mal, das sieht geil aus. Und so schickst du mir manchmal Bilder und so. Das mag ich einfach, weil du damit einfach gar nichts zu tun gehabt hast. Einfach nur schöne Küchen gebaut, aber nie was drin gekocht. So, das ist ja jetzt auch ganz cool, dass du dann da auch gecatcht bist und so ein bisschen diesen Gastrovirus in dir trägst. Ja, schon. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du heute hier gehockt hast. Ich denke, das war eine ganz kurzweilige Geschichte für die Leute. Die werden sich sicherlich darüber freuen, dass wir die eine oder andere Anekdote erzählt haben. Ja. Das muss ja vielleicht nicht das letzte Mal gewesen sein. Vielleicht sitzen wir irgendwann nochmal zusammen und erzählen, hey, guck mal, danach hat sich das und das geändert. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja. Ey, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hab zu danken. Dass du hier warst. Das, noch eine ganz geile Nummer, am nächsten Donnerstag tatsächlich. Heute ist ja Donnerstag, wenn dieser Podcast erschienen ist. Am nächsten Donnerstag haben wir einen ganz besonderen Gast auch noch hier auf der Couch. Der hat den weiten Weg auf sich genommen, aus Solingen hierher. Der Jonas Heinen von Heiso-Messer, dem werde ich auf jeden Fall mal interviewen über die dunklen Geheimnisse der Messer-Mafia in Solingen. Also unbedingt dranbleiben, abonnieren, Daumen nach oben geben, netten Kommentar schreiben, klarer Fall. Bei Spotify freuen wir uns über 5 Sterne und bei YouTube natürlich über ein fettes Abo. Leute, vielen herzlichen Dank von meiner Seite und berühmte letzte Worte vom Erik. Danke reicht.